Dürfen Hamster Blaubeeren fressen? Können Hamster Blaubeeren essen? Ja, das können sie. Forschungen haben sogar gezeigt, dass die Frucht bestimmte gesundheitliche Vorteile für Hamster bieten kann. Allerdings ist es wichtig, die Portionen zu kontrollieren, vor allem wegen des Zuckergehalts der Blaubeeren. Sind Blaubeeren für Hamster sicher? Ja? Wenn man jemanden liebt, möchte man die schönen Dinge des Lebens mit ihm teilen. Das gilt unabhängig von der Tierart. Es ist nur ein natürlicher Impuls, unseren Haustieren die Lebensmittel anzubieten, die wir mögen, und zu sehen, was sie damit anfangen. Doch bevor Sie diesem Impuls nachgehen, sollten Sie zunächst die Frage beantworten, können Hamster Blaubeeren bedenkenlos essen? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet, ja, aber es gibt auch einige Vorbehalte, die zu beachten sind. Blaubeeren sind mehrjährige blühende Pflanzen, die blaue oder violette Beeren als Früchte tragen. Diese in Nordamerika beheimatete Frucht ist für Hamster ziemlich sicher. Das einzige Problem ist, dass sie, wie alle guten Dinge, in Maßen gegessen werden sollten. Der natürliche Fruchtzucker in Blaubeeren kann bei übermäßigem Verzehr zu viel für ihren Hamster sein. Schauen wir uns die Blaubeeren für Hamster genauer an. Hamster und Blaubeeren Hamster sind Säugetiere mit einer interessanten Ernährungsweise. Im Gegensatz zu dem, was viele über Hamster denken, sind sie alles Fresser. Das bedeutet, dass Hamster im Gegensatz zu Meerschweinchen und anderen kleinen Säugetieren Pflanzen und Tiere fressen. Sie ernähren sich oft von Nüssen, Pflanzen und sogar Insekten. Auch Früchte sind für die süßen Kerlchen nicht tabu. In freier Wildbahn würde die Ernährung eines Hamsters hauptsächlich aus Proteinen und frischen Produkten bestehen. In der freien Wildbahn kann der Anteil der einzelnen Nährstoffe je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit stark schwanken. In Gefangenschaft ist eine viel stabilere tägliche Ernährung möglich. Aber was ist mit Blaubeeren? Von Muffins bis zu Smoothies, von Fruchtkompott bis zu Joghurt-Blaubeeren sind ein fester Bestandteil unseres Lebens. Und das ist gut für unsere Gesundheit. Können Hamster-Blaubeeren essen? Blaubeeren enthalten eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralstoffen, die sowohl für Menschen als auch für Tiere wichtig sind. Außerdem enthalten sie Ballaststoffe und Antioxidantien. Ballaststoffe helfen dem Hamster, seinen Stuhlgang zu regulieren. Antioxidantien hingegen sind etwas ganz Besonderes. Sie sind dafür bekannt, dass sie Säugetierzellen bei der Bekämpfung von Oxidation helfen, die Krebs verursachen könnte. Warum mögen Hamster-Blaubeeren? Mögen Hamster-Blaubeeren? Das ist eine berechtigte Frage, wenn man sich fragt, können Hamster-Blaubeeren essen? Wie Menschen mögen auch Hamster-Blaubeeren sehr gerne. Diese Beeren sind aufgrund des natürlichen Fruchtzuckers süß. Daher gehören Blaubeeren zu den Lebensmitteln, die Wissenschaftler als besonders schmackhaft bezeichnen. Die potenziellen gesundheitlichen Vorteile der Fütterung von Hamsterleckerlis mit Blaubeeren liegen also auf der Hand. Aber welche Menge an Blaubeeren ist für ein so kleines pelziges Haustier geeignet? Können Hamster-Blaubeeren fressen und dabei Schaden nehmen? Können Hamster-Blaubeeren fressen? Sind Blaubeeren schlecht für Hamster? Für sie ist es keine große Sache, sich eine Handvoll frischer, praller, leckerer Blaubeeren in den Mund zu stecken. Aber wie würde die gleiche Menge aussehen, wenn sie sie ihrem Handteller großen Hamster anbieten würden? Tierärzte für exotische Tiere raten, dass Leckerbissen insgesamt nie mehr als 20% der täglichen Gesamtnahrung ihres Hamsters ausmachen sollten. Bei einem Blaubeerleckerli würde dies etwa einem Teelöffel Blaubeeren, etwa zwei mittelgroße Blaubeeren, pro syrischem Hamster und einem halben Teelöffel, etwa eine mittelgroße Blaubeere, für Zwerghamsterarten entsprechen. Der Grund dafür ist einfach. Wie Menschen fressen Hamster-Blaubeeren, weil sie so gut schmecken? Bieten sie mehr Blaubeeren an, und ihr Hamster wird wahrscheinlich so viele Blaubeeren essen, wie sie anbieten. Hamster haben keine Ahnung von Portionskontrolle oder der empfohlenen Tagesdosis an Vitaminen und Mineralstoffen. Auch den Zuckergehalt von Lebensmitteln können sie nicht messen. Sie müssen also selbst dafür sorgen, dass ihr Tier jeden Tag alles bekommt, was es braucht, um gesund zu sein. Sind Blaubeeren also schlecht für ihren Hamster? Nein, Blaubeeren sind nicht schädlich für ihren Hamster, solange sie sie nur in Portionsgrößen anbieten, die für die Größe und das Gewicht ihres Hamsters geeignet sind. Wir wissen, dass die Antwort auf die Frage, ob Hamster Blaubeeren essen können, ein klares Ja in kleinen Mengen ist. Aber sind Blaubeeren auch gut für Hamster? Sind Blaubeeren gut für Hamster? Ja, natürlich. Blaubeeren sind gut für Hamster. Sie haben viele gesundheitliche Vorteile, sowohl für Menschen als auch für Hamster. Falls Sie es noch nicht wussten, Blaubeeren sind dank ihrer unzähligen gesundheitlichen Vorteile als Superfood bekannt. Jüngste veterinärmedizinische Untersuchungen legen nahe, dass Blaubeeren nicht nur gut für Hamster sind, sondern sogar die Gesundheit von Hamstern schützen können. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Hamster ebenso wie Menschen unter einem hohen Pholesterinspiegel leiden können. Ein dauerhaft hoher Pholesterinspiegel kann mit der Zeit zu einer beängstigenden Verhärtung der Arterien führen, die den Körper mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Dieses Gesundheitsproblem und die Gewichtszunahme, die häufig mit einem erhöhten, schlechten Pholesterinspiegel einhergeht, können für ihr kleines Hamsterlein ebenso tödlich sein wie für viele Menschen. Die Polyphenole in Blaubeeren sorgen dafür, dass das schlechte Cholesterin aus dem Körper ihres Hamsters entfernt wird. Der hohe Ballaststoffgehalt der Blaubeeren trägt außerdem dazu bei, einer künftigen Gewichtszunahme vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Hamster gerettet haben, der sich zuvor schlecht ernährt hat und zu viel Gewicht zugelegt hat. Es könnte buchstäblich das Leben Ihres Pelzbabys verlängern. Gesundheitliche Vorteile von Blaubeeren für Hamster Apropos Gesundheit. Was haben Blaubeeren konkret für die Gesundheit zu bieten? Zunächst einmal haben sie im Vergleich zu den meisten anderen Früchten wenig Kalorien pro eine Tasse. Blaubeeren haben außerdem diese einzigartigen Superkräfte. Vitamin C Vitamin C stärkt die Funktion des Immunsystems, fördert die Heilung und unterstützt gesundes Gewebe. Mangan Mangan verarbeitet Cholesterin, Kohlenhydrate und Proteine effektiv und sicher. Ballaststoffe 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 verringern das Risiko von Herzerkrankungen und fördern eine gute Verdauungsfunktion sowie die Gewichtskontrolle. Polyphenole Diese wirksamen, natürlich vorkommenden Verbindungen, auch Antioxidantien genannt, schützen den Körper vor Keimen, Pilzen, Krankheiten und Ungeziefer. Und natürlich sind Heidelbeeren köstlich. Es ist also klar, warum Blaubeeren bei den Menschen so beliebt sind. Aber können auch Hamster verschiedene Formen von Blaubeeren unbedenklich essen? Können Hamsterblaubeeren essen? Dürfen Hamsterblaubeermuffins fressen? Ihr Hamster kann unbedenklich Blaubeermuffinkrümel, in kleinen Mengen, fressen. Dies sollte jedoch auf keinen Fall ein wirklicher Bestandteil seiner Ernährung sein. Backwaren enthalten oft Zucker und Kohlenhydrate, die für Hamster ungesund sind und zu Fettleibigkeit führen können. Können Hamster gekochte Blaubeeren fressen? Technisch gesehen schon, aber es ist besser, Hamster mit frischem Obst und Gemüse zu füttern, da diese in der Regel mehr Nährstoffe enthalten. Können Hamster Blaubeerblätter fressen? Ja, das können sie. Aber halten sie nicht den Atem an. Die Blätter enthalten zwar mehr Antioxidantien als die eigentliche Frucht, aber sie sind nicht halb so schmackhaft. Wundern sie sich also nicht, wenn ihr Hamster kein Fan davon ist. Können Blaubeeren Hummelfoß bei Hamstern behandeln? Nein, Blaubeeren können Hummelfoß nicht behandeln. Forschungsstudien haben jedoch gezeigt, dass die regelmäßige Fütterung von Blaubeeren das Risiko verringern kann, dass ihr Hamster an Bumblefot erkrankt, einer Krankheit mit komplexen Ursachen, die manchmal mit Fettleibigkeit einhergeht. Die in Blaubeeren enthaltenen Ballaststoffe tragen dazu bei, dass ihr Hamster ein besseres Sättigungsgefühl hat und weniger frisst. Der hohe Gehalt an Vitamin C und Mangan in der Frucht beschleunigt zudem den Heilungsprozess des betroffenen Gewebes. Hummelfoß ist eine bakterielle Infektion der Füße von Nagetieren. Sie kann sich in Form von Wunden und Entzündungen, Rötungen, an den Füßen ihres Hamsters zeigen. Diese Krankheit kann mit Antibiotika behandelt werden. Bringen Sie Ihren Hamster also unbedingt zum Tierarzt, wenn Sie Veränderungen an seinen Füßen feststellen. Dürfen Babyhamster Blaubeeren essen? Nein, das sollten Sie zumindest in den ersten vier Wochen nicht. Hamster sind Säugetiere, daher trinken ihre Jungen die Milch ihrer Mutter. Aber nach etwa drei bis vier Wochen werden sie auf feste Nahrung umgestellt. Sie können Hamsterbabys zunächst mit weicher Nahrung, zum Beispiel gekochtem Gemüse, entwöhnen, und dann können sie langsam auf Pelletfutter umgestellt werden. Können Hamster jeden Tag Blaubeeren essen? Nein, Blaubeeren sollten nicht jeden Tag oder als einziger gesunder Leckerbissen für ihr Tier serviert werden. Wie bereits in einem früheren Abschnitt erwähnt, sollten Blaubeeren nicht mehr als 20% der gesamten Leckerbissen ausmachen, die ihrem Hamster täglich angeboten werden. Je nach Rasse ihres Hamsters könnte dies bedeuten, dass sie ihm ein oder zweimal pro Woche eine oder eine halbe Blaubeere zusammen mit anderen gesunden Snacks anbieten. Auf diese Weise gerät ihr Hamster nicht in Versuchung, sein anderes Futter zu vernachlässigen, um auf die Blaubeeren zu warten. Außerdem vermeiden sie so, dass er zu viele Blaubeeren isst und durch den Fruchtzucker an Gewicht zunimmt. Insgesamt sollten sie bei der täglichen Ernährung ihres Hamsters einen Anteil von 16% Eiweiß und 5% Fett anstreben. Der Rest der Nährstoffe sollte aus gesundem, nahrhaftem, faserreichem und fettarmem Gemüse, Gräsern und einigen Früchten stammen. Es ist sehr wichtig, das Futter für ihren Hamster sorgfältig zu dosieren, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Klären wir also, ob Hamster unabhängig von ihrer Rasse Blaubeeren essen können. Können Zwerghamster Blaubeeren fressen? Zwerghamster sind winzig und zirlig, dass selbst eine kleine Blaubeere neben ihnen wie eine riesige Blaubeere wirken kann. Aber Blaubeeren haben erhebliche gesundheitliche Vorteile für ihren Zwerghamster. Es wird ihnen sicherlich besser gehen, wenn sie ab und zu eine Blaubeere als Leckerbissen für ihren Zwerghamster bekommen. Der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, können Zwerghamster Blaubeeren essen, liegt darin,